In diesem Video lernst du, wann welche Maustaste gedrückt wird, was Dokumente, Ordner und Verknüpfungen sind, die verschiedenen Bereiche eines Fensters sowie die wichtigsten Funktionen in der Systemsteuerung und rund um das Betriebssystem Windows kennen. Unten in der Videobeschreibung gibt es diese Unterlagen und Übungsbeispiele zum kostenlosen Download. Dann könnt ihr die Inhalte auch am eigenen Computer durcharbeiten und in eurem Tempo lernen und wiederholen. Mein Name ist Christoph, auf meiner Webseite computerkurs.com und meinem YouTube-Kanal findet ihr kostenlose Übungsbeispiele. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und drückt bitte auf Kanal abonnieren. Viel Spaß mit den Übungen! Früher hat man am PC nur mit der Tastatur gearbeitet. Es gab keine grafische Benutzeroberfläche und Symbole, die man mit der Maus anklicken konnte, gab es auch nicht. Das hat sich mit der Einführung der sogenannten GUI, Graphical User Interface, grafische Benutzeroberfläche, geändert. Seitdem gibt es eben auch Symbole, die man mit der Maus anklicken kann, öffnen kann und so weiter und so fort. Wie arbeiten wir mit diesen Symbolen in Verbindung mit unserer Maus? Die linke Maustaste einmal klicken, bedeutet ein Element markieren oder auswählen. Die linke Maustaste zweimal klicken, dabei muss die Maus auf der gleichen Position bleiben, ist ein Element öffnen. Die rechte Maustaste einmal klicken, kommen wir zu Eigenschaften und Funktionen. Das heißt, wir müssen uns einmal merken, wenn wir neu im Computer sind, mit der linken Maustaste einmal klicken, wählen wir ein Element aus und sagen, mit dir wollen wir etwas machen. Mit der rechten Maustaste einmal klicken, ist für die Eigenschaften oder um Funktionen zu finden. Und mit einem Doppelklick auf der linken Maustaste können wir ein Element öffnen. Welche Arten von Elementen gibt es überhaupt? Es gibt Programme, Ordner, Dateien und Verknüpfungen. Schauen wir uns das Ganze kurz an. Programme schauen zum Beispiel so aus. Sie haben einfach ein Symbol, die im Hintergrund quasi verschiedene Funktionen haben. Es gibt ein Programm wie hier diesen Internet Explorer, um im Internet zu surfen. Es gibt Programme wie Word, um eben zum Beispiel Briefe zu schreiben, PowerPoint und Präsentationen zu erstellen. Also sehr, sehr viele verschiedene Programme. Das nächste, was wir hier sehen, ist ein Ordner. Ein Ordner ist genauso auch wie in unserer Offline-Welt, sage ich mal, um Ordnung zu halten, um dort drinnen Dokumente und Bilder und andere Inhalte strukturiert abzuspeichern, dass wir diese wiederfinden können. Dafür sind Ordner da, diese gelben Ordner-Symbole. Dann haben wir Dateien. Dateien sind sehr oft verknüpft mit einem kleinen Icon zum Programm, womit es geöffnet wird. Und darunter steht dann zum Beispiel lebenslauf.docx, dass wir wissen, dieses Dokument ist ein Word-Dokument und heißt Lebenslauf. Dateien werden am Computer gespeichert und sind zum Beispiel ein Lebenslauf, eine Stundenabrechnung, ein Bild, ein Video und so weiter. Ein Dateiname wird immer wie folgt angegeben. Vorne ist der Dateiname, zum Beispiel lebenslauf und hinten ist die sogenannte Dateinamenserweiterung. Die Dateinamenserweiterung sagt aus, mit welchem Programm wird dieses Dokument geöffnet. Also in unserem Beispiel hier ist der Dateiname Lebenslauf und die Dateinamenserweiterung ist .docx. Damit weiß der Computer, wenn wir dieses Dokument öffnen, wird in Word dieses Dokument geöffnet. Je nach Datei gibt es verschiedene Dateinamenserweiterungen, die als Zuordnung zum Programm dienen. Ein Word-Dokument für Briefe hat zum Beispiel .doc, .docx. Hier bitte nicht wundern, früher hat es die .doc-Dokumente gegeben und seit dem Office 2003 ist dieses x hinten noch dazugekommen. Wenn ihr mit Windows 10 arbeitet, werden solche Dateinamenserweiterungen von Haus aus ausgeblendet. Man kann sie aber einblenden lassen. Also ein Word-Dokument ist zum Beispiel eben .docx. Ein Excel-Dokument, um Berechnungen oder Tabellen zu erstellen, hat xlsx oder xls. Ein PowerPoint-Dokument für Präsentationen hat ppt für PowerPoint oder PowerPointx. Eine Textdatei, sprich unformatierter Text, hat .txt. Ein Bild hat .gpeg, png oder gif. Eine Videodatei hat .avi, zum Beispiel, es gibt viele verschiedene Video-Formate, aber das merkt euch einfach mit a Videodatei, .avi. Und eine komprimierte Datei, eine verkleinerte Datei, hat .zip oder .ra. Auch hier für alle diese verschiedenen Dokumente und Formate gibt es sehr, sehr viele Dateinamenserweiterungen. Das sind nur mal die bekanntesten, die ihr auch ganz einfach kennen solltet. Das heißt, noch einmal zur Wiederholung. Eine Datei oder wenn man eine Datei speichert, besteht sie immer aus einem Dateinamen, das ist das, was vorm Punkt steht. Und eine Dateinamenserweiterung, das ist das, was hinter dem Punkt steht, dass man eben die Programmzuordnung hat, womit ist dieses Dokument erstellt worden, womit soll der Computer es öffnen. Dann haben wir, wie gesagt, noch einmal als Wiederholung die wichtigsten. Word ist .doc, Excel ist .xls, PowerPoint ist .ppt, eine Textdatei ist .txt, Bilddatei, .gpeg, png oder gif, Video, eine Videodatei, .avi und komprimierte Datei ist .zip oder .ra-Datei. Verknüpfungen. Verknüpfungen erkennt man an diesem Pfeil-Symbol, wenn ihr hier schaut. Da ist so ein kleines Pfeilchen links unten beim Dokument. Eine Verknüpfung ist quasi nur ein Querverweis zur richtigen Datei. Wenn wir dort einen Doppelklick drauf machen, dann wird die Zieldatei, sprich die Originaldatei geöffnet. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt am Desktop einen Ordner und dort sind viele Unterordner drinnen mit allen möglichen Dokumenten. Es gibt aber zwei, drei, vier Dokumente, die ihr davon sehr, sehr oft verwendet und die ihr sofort verfügbar haben wollt. Dann kann man eine Verknüpfung zu den Dokumenten gleich am Desktop erstellen. Das heißt, am Desktop ist quasi dann ein Symbol, eine Verknüpfung und das sagt, wenn du dort hinklickst, kommst du zu dem Dokument, was du eben sehr oft verwendest. Ohne, dass du es direkt am Desktop speichern musst. Es ist quasi nur eine Verknüpfung. Das schauen wir uns aber bei den praktischen Übungen auch noch einmal im Detail an. So, hier sehen Sie die Übersicht vom Desktop, vom Startbildschirm und die wichtigsten Elemente sind eben links unten der Startknopf. Unten haben wir unsere Taskleiste mit den vielen verschiedenen Tasks, die gerade offen sind oder die möglich sind. Rechts haben wir dann so Sachen wie Uhrzeit, Internet, Lautstärke und so weiter. Ganz rechts ist ein Symbol für Desktop anzeigen und den Papierkorb sollten wir kennen. Unter dem Startknopf findet ihr auch die installierten Programme und dort kann man auch den Computer neu starten oder herunterfahren etc. Das heißt, wenn ihr ein Programm sucht, was nicht am Desktop oder in der Taskleiste ist, einfach auf Start drücken und dort dann nach den installierten Programmen suchen. Wie gesagt, ist unten die Taskleiste. Windows ist multitaskingfähig. Ein Task ist eine Arbeit, das heißt, man kann in Windows mehrere Arbeiten gleichzeitig offen haben. Diese werden unten in der Taskleiste angezeigt und dort kann man dann hin und her zwischen den Fenstern wechseln, ohne dass man die Programme entsprechend schließen muss. Wenn man etwas von der Festplatte löscht, landen diese Dateien zuerst im Papierkorb. Erst wenn man den Papierkorb löscht, dann werden diese Dateien eldgültig vom PC gelöscht. Achtung, externe Festplatten und USB-Sticks gelten hierbei nicht. Wenn man von externen Festplatten oder USB-Sticks etwas löschen will, dann werden die sofort gelöscht und gelangen nicht in den Papierkorb. Das sagt uns aber auch der Computer, wenn wir eine Datei markieren und mit Entfernen löschen wollen. Sagt er, wenn es auf der Festplatte ist, wollen Sie die Datei wirklich in den Papierkorb verschieben. Wenn wir das Ganze jetzt auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte haben, fragt uns der Computer, wollen Sie diese Datei wirklich endgültig löschen. Also auch da bitte hin und wieder einfach zuschauen, was uns der Computer entsprechend fragt oder sagt. Die Platzierung der Symbole am Desktop können Sie sich individuell anordnen. Hierfür kann man einfach einzelne Elemente markieren und verschieben mit der sogenannten Drag-and-Drop-Funktion. Das heißt, ihr klickt es auf ein Element, lasst die Maustaste gedrückt und schiebt es auf die Position, wo ihr dieses Objekt haben wollt. So, das nächste, Verknüpfungen einfügen, Verknüpfung einfügen. Es gibt später auch, vor allem in den ganzen Praxisbeispielen, habt ihr auch das Thema Verknüpfung. Es gibt zwei Varianten. Das eine ist, ihr wollt eine Verknüpfung am Desktop einfügen und ihr wollt eine Verknüpfung in einem anderen Ordner drin haben. Eine Verknüpfung, also ein Querverweis zur Originaldatei. Warum macht man das? Wie schon erwähnt, die häufigsten Beispiele sind, dass man die wichtigsten Dateien und Programme als Verknüpfung im Desktop einfügt, dass diese schnell verfügbar sind. Diese zwei Herangehensweise. Wenn ich eine Verknüpfung am Desktop haben will, dann sage ich einfach auf dem Dokument oder auf der Datei, rechte Maustaste, senden an Desktop, Verknüpfung erstellen. Und am Desktop erscheint eine entsprechende Verknüpfung. Schauen wir uns das Ganze gleich praktisch an. Ich habe hier einen Übungsordner am Desktop erstellt. Da ist noch ein Unterordner drinnen. Und dort finden wir eine wichtige Datei. Wenn ich diese Datei jetzt am Desktop verknüpft haben will, drücke ich eben auf dieser Datei einmal die linke Maustaste zum Auswählen, rechte Maustaste. Das bitte, ihr könnt natürlich generell gleich die rechte Maustaste drücken. Dann müsst ihr aber aufpassen, dass ihr bitte nicht im weißen Bereich die rechte Maustaste drückt, weil da habt ihr ein kurzes Menü, sondern auf dem Symbol, auf dem Text oder irgendwo hier auf einem Inhalt die rechte Maustaste. Dann kommt das große Menü, wo wir eben auch senden an haben und Desktop Verknüpfung erstellen. Das ist die Variante, wenn wir jetzt am Desktop eine Verknüpfung zu dieser Datei erstellt haben wollen. Dann schauen wir uns die zweite Variante an. Eine Verknüpfung in einen anderen Ordner einfügen. Wenn wir zum Beispiel die Datei vom Desktop auf einen anderen Ordner verknüpfen wollen, ist der Vorgang immer dasselbe. Zuerst klicken wir auf das Dokument oder den Ordner, welches man verknüpft haben will. Mit der rechten Maustaste kopieren. Dann geht sie in den Ordner hinein, wo dann diese Verknüpfung drin sein soll. Und mit rechter Maustaste gibt es nicht nur Einfügen, sondern auch Verknüpfung einfügen. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Ich will zum Beispiel diese Datei verknüpft haben im Hauptordner Übungsordner. Dann kann ich diese Datei mit der rechten Maustaste kopieren. Hier unten kopieren. Und wenn ich oben auf den Übungsordner wechsle, habe ich jetzt hier den weißen Bereich, wo ich einfach sagen kann, rechte Maustaste. Und nicht Einfügen, sondern Verknüpfung einfügen. Dann sehen wir hier, es ist eine Verknüpfung erstellt worden zur wichtigen Datei. Das liest sich natürlich komisch, darum gleich hier als nächstes. Wie kann ich eine Verknüpfung oder Datei umbenennen? Wenn wir den Namen einer Verknüpfung umbenennen wollen, gibt es dreigängige Wege dafür. Auf den Text klicken und oben in der Symbolleiste auf Umbenennen und den neuen Text eingeben ist quasi die erste Möglichkeit. Das heißt, ich klicke einfach auf diese Datei und kann hier oben in der Symbolleiste Umbenennen sagen. Aufpassen, wenn ihr hier in einer anderen Karteikarte seid, auf Start zurück wechseln. Wenn wir drauf klicken, umbenennen, ist es schon blau hinterlegt und ihr könnt schon drüber schreiben. Die zweite Möglichkeit, auf den Text klicken, kurz warten und noch einmal auf den Text klicken mit der linken Maustaste. Dann ist der Ordner blau hinterlegt und man kann den Text abändern, überschreiben. Das ist eigentlich meine Lieblingsvariante. Drauf drücken, kurz warten, auf den Text noch einmal klicken und man kann schon überschreiben. Und die dritte Variante ist mit der rechten Maustaste Umbenennen. Das heißt auch hier rechte Maustaste und ziemlich weit unten Umbenennen und neuer Text mit Enter bestätigen. Auch so kann man eine Datei umbenennen. Keine Angst, falls das alles ein bisschen schnell ist. Wir kommen später noch zu Übungen, wo ihr alle diese Sachen auch noch einmal praktisch sehen könnt. Wie kann ich eine Verknüpfung oder eine Datei löschen? Auch hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Auf das Dokument klicken, rechte Maustaste löschen. Auf das Dokument klicken, entfernen. Oder auf die Entferntaste quasi auf der Tastatur klicken. Das ist oberhalb von den Pfeiltasten. Und es würde auch hier oben löschen geben. Das heißt, wenn ich das markiere, gibt es bei Löschen, Recyceln oder Endgültig löschen. Und auch hier, wie gesagt, wenn ich rechte Maustaste drücke, gibt es hier Löschen. Meistens klickt man aber einfach drauf und drückt auf der Tastatur oberhalb von den Pfeiltasten auf die Entf-Taste zum Löschen. Wie kann ich den Papierkorb leeren? Rechte Maustaste auf den Papierkorb, Papierkorb leeren. Das zeige ich bei mir jetzt nicht her, weil mein Desktop voll ist mit lauter Ordnern. Aber wie gesagt, am Papierkorb, rechte Maustaste, Papierkorb leeren. Dann werden alle Elemente vom Papierkorb gelöscht. So, als nächstes schauen wir uns den Fensteraufbau an, weil auch hier ganz einfach theoretische Fragen kommen können, wie der Aufbau von einem Fenster überhaupt funktioniert. Ganz, ganz oben im Dokument haben wir die sogenannte Titelleiste. In der Titelleiste sehen wir, wie das Dokument heißt, welcher Name gespeichert ist und welches Programm offen ist. Wir haben hier oben die Möglichkeit, den Schnellzugriff anzupassen, wo wir mit einem Mausklick speichern, rückgängig vorwärts etc. definieren können. Hier oben haben wir das Menü, das Register, das Menüband. Dieses Menüband ist dann hier unten mit einer Symbolleiste der Multifunktionsleiste. Und diese Multifunktionsleiste ist in sogenannte Gruppen unterteilt. Die Gruppe Absatz, wo wir alle Formatierungen zur Absatzformatierung finden. Die Schriftart, wo wir Größe, Breite, Fett, Groß, Unterstrichen, die Farbe etc. einstellen können. Und bei den Gruppen gibt es dann sehr oft rechts unten auch noch Zusatzfunktionen, den Launcher. Ich nenne das kleine Scheißerchen, weil man es sich besser merkt. Dort findet man dann noch zusätzliche Einstellungen. Beim Scrollbalken kann man ganz einfach dann hier runterziehen, dass man bei der Bildlaufleiste weiter runterkommt. Oder hier auf dem Pfeil nach unten, dass wir auch zur zweiten, dritten, vierten Seite vom Dokument kommen. Rechts unten haben wir meistens den Zoom-Modus zu ändern, um das Dokument größer oder kleiner darzustellen. Achtung, das ändert nichts an der Größe vom Text oder vom Bild. Das heißt, das ist einfach so, wie wenn man ein bereits ausgedrucktes Dokument einmal weiter weg und einmal näher hin hält. Dann sieht man es größer und kleiner, aber die Größe vom Dokument selber, vom Text, ändert sich dadurch nicht. Ganz unten haben wir die Taskleiste. Dort haben wir dann die verschiedenen Programme verfügbar, die eben jetzt gerade offen sind. Und in der Statusleiste, die ist eben oberhalb von der Taskleiste, dort sehen wir auch noch einmal bestimmte Eigenschaften, Einstellungen, auf welcher Seite wir sehen, welches Wörterbuch verwendet wird und so weiter und so fort. Hier habe ich das noch einmal kurz erklärt. Und wir schauen uns noch diese Fensterschaltflächen an. Ganz rechts oben bei jedem Fenster oder bei den meisten Fenstern, die aufgehen, haben wir noch diese Fensterschaltflächen. Das erste Symbol ist Minimieren. Damit wird das Fenster hinunter in die Taskleiste gelegt. Das heißt, es wird quasi mal ausgeblendet und mit einem Klick unten in der Taskleiste wird es wieder geöffnet. Das heißt, wenn wir kurz in einem anderen Dokument weiterarbeiten wollen oder am Desktop etwas brauchen, können wir einfach auf Minimieren klicken und das Fenster wird nicht geschlossen, sondern nur verkleinert. Wenn das Fenster geöffnet ist und es ist nicht über dem ganzen Bildschirm, dann habt ihr als mittleres Symbol das Symbol für Maximieren. Ich sage immer meinen Kursteilemern bitte, jedes Fenster, was aufgeht, immer auf Vollbildmodus vergrößern. Man kann ganz einfach Fehler reduzieren, indem man wirklich immer die Fenster auf Vollbildmodus vergrößert. Ich bin dann sogar so gemein, dass wenn ein Kursteilemer bei mir Hilfe braucht und ich komme hin und das Fenster ist noch nicht auf Vollbild, sage ich immer dazu, sorry, ich kann leider nicht helfen, ich sehe nichts. Und erst wenn Sie auf Vollbild vergrößern, dann sehe ich etwas und helfe Ihnen gerne. Aus einem einfachen Grund, sehr oft sind dann zwei, drei Word-Dokumente offen und wenn ich sage, wir klicken auf Datei, dann sieht man vielleicht dreimal Datei von drei verschiedenen Dokumenten. Das braucht weder ein Anfänger noch ein Vollprofi. Bitte einfach die Fenster maximieren, dann werdet es euch auf alle Fälle leichter tun. Dann habt ihr im mittleren Symbol noch Verkleinern oder Wiederherstellen. Das ist, wenn das Fenster maximiert ist, dann ändert sich das Symbol, ihr seht das hier bei mir. Ich habe nicht mehr dieses Maximieren, sondern Verkleinern dort. Und ganz rechts oben gibt es sehr oft dann einfach das rote X zum Schließen. Wenn das Dokument bearbeitet worden ist, seit dem letzten Mal öffnen, werdet ihr gefragt im Zuge vom Schließen, ob ihr es noch einmal speichern wollt. Hilfe und Support, wenn ihr im Computerbereich, egal wo, in Word, in Excel, in Windows auf die F1-Taste drückt, dann kommt es hier zu Hilfe und Support. Da kann man dann Thema oder Wörter eingeben und mit Enter bestätigen. Und diese Hilfe-Funktion ist quasi für jede Oberfläche eigens zugeschnitten. Wenn ihr in Word drinnen seid und ihr drückt auf Hilfe, kommt es hier zu einer kleinen How-to-do in Word-Anleitung. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel suchen, wie erstelle ich einen Serienbrief oder Seriendruck in Word und findet es dann diese Hilfe dazu. Wenn ihr in PowerPoint seid, wie mache ich einen Bildschirmübergang? Also je nachdem, in welchem Programm ihr seid, werdet ihr mit der F1-Taste zur Hilfe-Funktion kommen von der jeweiligen Übersicht. So wie hier zum Beispiel Windows-Hilfe und Support mit der F1-Taste. So, was haben wir da noch? Systeminformationen. Bei der Systemsteuerung findet ihr bestimmte Daten. Ihr könnt in der Systemsteuerung zum Beispiel Farben umändern vom Bildschirm, von den Fenstern. Ihr könnt schauen, wie groß ist der Speicherplatz, wie viel RAM hat euer Computer und so weiter. Solche Informationen findet ihr in der Systemsteuerung. Ihr könnt dort aber natürlich nichts ändern im Sinne von, ich will den Computer schneller machen, mehr Rahmen installieren. Also alles, was technisch ist, kann man natürlich nicht einstellen, aber alle anderen Sachen kann man zumindest einsehen. Mit der Systemsteuerung habt ihr im Prinzip über Start-Systemsteuerung, Start-Suche-Systemsteuerung die Möglichkeit hinzukommen. Aber das ist eine Tastenkombination, die empfehle ich meinen Kursteilnehmern, weil sie recht einfach ist. Die Windows-Taste ist, wenn ihr ganz links unten auf der Tastatur schaut, ist eine Taste, nämlich die zweite links unten zwischen Steuerung und Alt, ist ein Windows-Tasten-Symbol. Also Windows-Taste, das gilt bitte nur für die Windows-User mit einer richtigen Tastatur. Bei Mac gibt es keine Windows-Taste natürlich, weil das ein anderes Betriebssystem ist. Aber die Windows-Taste, wenn ihr auf Windows-Taste und Pause drückt, wenn ihr oben schaut, habt ihr F1, F2, F3, F4, die ganzen Funktionstasten. Und dann habt ihr Drucken, Rollen und Pause. Windows-Taste und Pause zeigt euch Informationen an zum System, auf dem ihr gerade arbeitet. Ihr seht, welche Windows-Version ihr habt, ihr seht, welcher Prozessor ist drinnen, wie viel installierter Rahmen habt ihr. Das heißt, hier bei dem Screenshot zum Beispiel war ich auf einem Rechner, der hat Windows 7 installiert gehabt. Es waren zwei, ein Duo-Core, also Duo-CPU. Das haben wir im letzten Video schon gelernt. Ein Intel-Core mit Duo-CPU, also mit zwei Prozessorkernen, die eine Taktfrequenz von 3,0 GHz haben. Und der installierte Arbeitsspeicher, RAM, war bei 2 GB. Wenn ich jetzt schaue, was ich jetzt für ein Prozessor habe, das ist jetzt auch nicht der schnellere Computer oder nicht der sehr schnelle, aber macht nichts. Wir sehen jetzt hier auf alle Fälle schon Windows 10 ist installiert. Wir haben hier vom System ein Acer-Computer, Acer-Spy, etc. Ein Intel Core i5-Prozessor mit 2,7 GHz und wir haben 8 GB RAM, 8 GB Arbeitsspeicher. Das heißt, mit Windows-Taste und Pause seht ihr einfach bestimmte Systeminformationen, unter anderem mit welchem System ihr gerade arbeitet. So, hier sehen wir jetzt noch einmal kurz den Papierkorb, den habe ich euch vorher nicht herzeigen können. Am Desktop finden wir unter anderem den Papierkorb. Wenn ihr dort doppelt klickt, dann öffnet sich eben dieses Fenster. Und in diesem Fenster habt ihr die Möglichkeit zu sehen, Nummer 1, was ist alles im Papierkorb drinnen. Wenn dort etwas drinnen ist, was ihr nicht löschen wollt, sondern was wiederhergestellt werden soll, klickt ihr einfach auf dieses Element drauf und sagt es dann hier oben, wiederherstellen, Element wiederherstellen oder alleherstellen. Oder ihr könnt es auch im Papierkorb leeren, um alle Elemente endgültig zu löschen. Über den Start-Button links unten gelangt man in das Start-Menü. Also hier links unten Start. Die neuen Versionen haben unten dann ein Windows-Symbol. Und dort habt ihr dann die Option eben zu suchen. Ihr habt vielleicht die Programme gelistet, ihr habt hier Systemsteuerung, Drucker. Je nachdem, welche Windows-Version ihr habt, kann das anders ausschauen. Wichtig für uns sind dort ganz einfach auch, dass ihr so Sachen wie installierte Geräte finden könnt. Also zum Beispiel dort bei den Einstellungen findet ihr die Geräte und könnt bei den Geräten eben auch schauen, was ist alles installiert, welcher Drucker und Scanner ist installiert und wie können wir dort zum Beispiel auch einen Standarddrucker festlegen. Schaut wie gesagt in Windows 10 wieder ein bisschen anders aus als hier bei Windows 7. Aber bei Geräte und Drucker vom Prinzip her ist es wichtig, dass ihr versteht, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht dann dort alle Geräte und Drucker, die auf diesem Computer installiert sind. Und irgendein Gerät hat in der Regel dann ein grünes Häkchen und wird als Standarddrucker definiert. Das heißt, ihr habt zum Beispiel einen Standarddrucker, der gleich neben euch steht, aber es gibt ein Gerät am Gang, der hat ein ganz besonderes Papier für die Urkunden. Und wenn ihr auf ein Dokument drucken geht, fragt ihr euch, bei welchem Drucker wollt ihr ausdrucken. Der Standarddrucker ist voreingestellt, wenn ich aber sage, nein, das ist jetzt ein Element, was jetzt eben draußen gedruckt werden soll, wo eben die Urkunden sind, dann müsst ihr den Drucker wechseln und man kann dann das nächste dort ausdrucken. Wenn sich unser Standardgerät ändert, könnt ihr einfach auf dem Dokument die rechte Maustaste drücken und dort sagen, als Standarddrucker festlegen, dann wird das entsprechend geändert. Wenn ihr bei einem Dokument auf Drucken klickt, dann bekommt ihr unten in der Taskleiste ganz rechts ein Druckersymbol. Dort ist ein aktiver Druckauftrag vorhanden und wenn ihr auf dem einen Doppelklick macht, dann seht ihr auch die sogenannte Druckerwarteschlange. Das heißt, man sieht einfach eine Information, welche Dokumente werden gerade gedruckt und bei welcher Seite von wie vielen Seiten sind wir dort drinnen. Und man kann dann in dieser Druckerwarteschlange die Aufträge anhalten, fortsetzen oder löschen. So, jetzt kommen nur noch ein paar Begriffe zum drüberstreuen, dass wir die auch gehört haben. Wie gesagt, in der Systemsteuerung habt ihr eine Suchfunktion genauso, ansonsten ist es nach Kategorie unterteilt, wo eben bei Hardware und Sound zum Beispiel Einstellungen wie Maus, Doppelklickgeschwindigkeit, Drucker etc. eingestellt werden können. Oder eben bei Darstellung und Anpassung, Hintergrund ändern, Bildschirmauflösung ändern und so weiter und so fort. Die Bildschirmauflösung zeige ich hier auch noch einmal her. Wir haben hier zum Beispiel bei der Bildschirmauflösung bei der Systemsteuerung, Darstellung und Anpassen, Anzeige, Bildschirmauflösung. Habt ihr hier die verschiedenen Pixeln, das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr seht zum Beispiel die Symbole am Bildschirm nicht wirklich gut, es ist zu klein, dann solltet ihr diese Bildschirmauflösung nach weiter unten verschieben und einfach schauen, ob ihr euch dann leichter tut, ob ihr das besser sehen könnt. Wenn das geändert wird, kurz auf Übernehmen klicken, der Bildschirm wird dunkel und wieder hell und ihr seht dann diese neue Bildschirmauflösung und wenn es euch gefällt, dann glaube ich, gibt es ein Symbol, wo dann steht Beibehalten oder wie auch immer. Nach 15 Sekunden würde ihr ja sonst wieder in die alte Einstellung zurückspringen. Weitere Funktionen der Taskleiste, wie gesagt, ganz ganz rechts unten gibt es ein ganz kleines unscheinbares Symbol, dieser Button. Da könnt ihr den Desktop anzeigen, wenn ihr da drauf klickt. Sehr oft gibt es unten, wenn ihr einen USB-Stick drinnen habt, so ein Symbol für Hardware sicher entfernen, das heißt, hier gibt es dann ein USB-Symbol, seht ihr bei mir auch hier unten. Mit diesem USB-Symbol bedeutet, es ist irgendein USB-Stick eingesteckt und ihr solltet jetzt bitte nicht einfach diesen USB-Stick rausziehen, weil der immer in Kommunikation und in Verbindung mit dem Computer steht. Das ist auch, wenn ihr jetzt eine externe Festplatte, eine Speicherkarte drinnen habt, wenn ihr das Handy verbindet und so weiter und so fort. Sondern ihr klickt dann bitte auf dieses Element mit der rechten Maustaste und sagt Hardware sicher entfernen. Der Computer trennt dann quasi die Kommunikation, die Verbindung mit diesem Gerät und schreibt euch dann kurz unten hin, Hardware kann jetzt sicher entfernt werden. Dann wisst ihr, jetzt könnt ihr das Ganze rausziehen, ohne dass es zu Problemen kommt. Hier unten habt ihr auch die Uhrzeit und das Datum. Das heißt, auch da bitte einfach mal kurz dran gewöhnen. Ihr braucht nicht auf die Uhr schauen, wenn ihr am Computer sitzt oder Kalender, habt ihr unten Uhrzeit und Datum. Und wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr auch dort Datum und Uhrzeiteinstellungen ändern. Das Lautsprechersymbol ist eben für den Lautsprechenregler. Auch hier könnt ihr dann bitte einfach hier diesen Schieberegler rauf oder runter für lauter oder leiser schieben, wenn ihr sagt, ihr wollt den Ton irgendwie verändern. Hier sind jetzt noch einige Begriffe, die sind für einen kompletten Computerneuling, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel schon wieder. Aber ihr müsst bitte daran bedenken, beim ECDL-Modul Computergrundlagen gehört leider all das zum theoretischen Teil dazu. Ich mache es, wie gesagt, gerne so mit meinen Kursteilnehmern. Und ich mache einmal diesen kompletten Theorie-Teil durch. Warum? Ab dann können Sie alleine meinen Demo-Test durchmachen, wo dieser Theorie-Teil einfach immer wieder geübt werden kann und auch zu Hause kostenlos gemacht werden kann, dass der Theorie-Teil so schnell wie möglich einfach fit ist und wir uns im Kurs gemeinsam auf die Praxisaufgaben weiterhin fokussieren können. Und jeden Tag natürlich immer wieder diese Theorie-Teile wiederholen. Also, der Task-Manager. Wenn eine Anwendung nicht mehr reagiert, dann kommt sie mit der Tastenkombination STRG, ALT und ENTFERNEN in den Task-Manager. Und ihr seht dann dort alle Fenster, die gerade offen sind, alle Tasks. Und im Idealfall zeigt ihr euch dort dann auch an, irgendeine Anwendung reagiert nicht. Wenn man die anklickt und sagt Task beenden, schließt dieses eine Programm. Der Computer kann wieder normal verwendet werden, ohne dass man ihn neu starten muss. Das heißt, den Task-Manager mit STRG, ALT und ENTFERNEN braucht man, wenn eine Anwendung nicht mehr reagiert. Ein Warmstart ist das erneute Starten von einem Computer. Zum Beispiel, wenn dieser nicht mehr reagiert, ein Reboot mit STRG, ALT und ENTFERNEN zweimal drücken, kann man den machen. Ein Kaltstart führt man durch, wenn auch dieser Warmstart nicht hilft. Dann den Computer komplett herunterfahren und dann neu starten. Neue Computer haben in der Regel gar keinen Ausschaltknopf, das ist eher ein Einschaltknopf. Das heißt, falls euer Computer nicht auszuschalten ist, wenn ihr vorne einmal drauf drückt, dann bitte auf diesen Einschaltknopf einfach 10 Sekunden draufbleiben. Dann wird der Computer quasi abgewürgt und ist ausgeschalten. Installieren, deinstallieren. Wenn man ein Programm installiert, dann wird ein neues Programm auf der Festplatte hinzugefügt. Das ist eine Installation von einem Programm. Das kann auch von einem Internet sein, das kann von einer CD sein, vom USB-Stick ist egal, der Punkt ist. Es wird ein Programm auf der Festplatte hinzugefügt bei der Installation. Deinstallieren bedeutet, wir entfernen ein Programm von der Festplatte, wir löschen es. Die Benutzerlizenz haben wir schon kennengelernt. Eine Benutzerlizenz ist quasi bei einer Installation von einem Programm einzugeben und bestätigt, dass wir das Programm gekauft haben. Die Benutzerlizenz ist bei der Installation vom Programm einzugeben. Ein Screenshot. Ein Screenshot ist ein Foto vom aktuellen Bildschirm. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Mit der Druck- oder Print-Taste. Wenn ihr schaut, oben, wie gesagt, haben wir Escape, ganz links oben bei der Tastatur, dann F1, F2, F3. Und wenn ihr dort ganz nach rechts schaut, neben der F12-Taste, gibt es die Datei oder die Taste Drucken oder Print. Je nachdem, ob ihr eine deutsche oder englische Tastatur habt. Mit der Drucken- oder Print-Taste kann man ein Foto vom Bildschirm machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein kleines Fenster offen habe, wie hier, dann kann ich mit Alt und Druck ein Foto vom aktiven Fenster, sprich von dem Fenster, was hier im Vordergrund ist, machen. Dann macht er nicht den kompletten Bildschirm als Foto, sondern nur dieses Fenster, was hier vorne offen ist. Das heißt, einen Screenshot bekommt ihr mit der Druck- oder Print-Taste. Mit Alt und Druck bekommt ihr ein Fenster vom aktiven Fenster, zum Beispiel, wenn im Vordergrund ein Eigenschaftenfenster ist. Damit wird das Foto gemacht und einmal nur in die Zwischenablage kopiert. Und jetzt wartet es darauf, dass irgendwas damit passiert. Das heißt, ihr könnt es zum Beispiel in Word reingehen und im Word-Dokument rechte Maustaste einfügen sagen und dann wird dieses Foto vom Bildschirm dort eingefügt. Kann man zum Beispiel brauchen, wenn ich sage, okay, ich habe immer einen Fehler oder hin und wieder einen Fehler, aber immer genau dann, wenn mir keiner helfen kann oder erklären kann, was da los ist. Dann kann ich ein Foto machen, dass zumindest derjenige, den ich um Hilfe bitte, sieht, worum es geht, was mein Problem ist, wie dieser Fehler ausgesehen hat. Oder, keine Ahnung, ich starte einen Browser und der fragt mich immer nach Aktualisierung oder ob ich einen Standardbrowser wechseln will und so weiter. Dann kann ich ein Foto machen, das speichern und später noch einmal herzeigen. Bei der Registrierung sehe ich am Schluss meine Bestellbestätigung, meine Zugangsdaten, was auch immer. Dann kann ich ein Foto machen und das abspeichern. Eine Verknüpfung oder ein Verweis, das haben wir schon kennengelernt. Eine Verknüpfung ist ein Verweis zu einem Programm oder einer Datei. Wenn man eine Datei hat, die man oft braucht und man möchte sie schneller öffnen können, dann am besten markieren, rechte Maustaste, senden an, Desktop-Verknüpfung erstellen. Dann bekommen wir am Desktop eine Verknüpfung zu dieser Datei. Um Fenster zu wechseln, kann man in der Taskleiste eben zwischen den geöffneten Fenstern hin und her wechseln. Mit dem Klick auf ein anderes Programm kann man wechseln. Das funktioniert auch mit der Alt- und Tabulator-Taste oder Windows- und Tabulator-Taste. Das heißt, zuletzt war mein kleines Fenster offen mit den Übungsordnern und wenn ich da jetzt Tabulator-Taste drücke, kann ich quasi immer zwischen den zwei Fenstern hin und her wechseln. Alt-Tabulator, Alt-Tabulator. Mit Windows-Tabulator geht das gleiche. Laufwerke. Am Computer gibt es verschiedene Laufwerke und auch Laufwerksbezeichnungen. Beim Laufwerk C handelt es sich zum Beispiel um die Festplatte, auf der in der Regel auch das Betriebssystem installiert ist. Das Ganze geht, wie gesagt, schon etwas länger zurück, wie die Computer generell gestaltet und designt worden sind. Da gab es früher noch die Diskettenlaufwerke als Speichermedium und es hat die Buchstaben A-Doppelpunkt und B-Doppelpunkt gegeben für Diskettenlaufwerk 1, Diskettenlaufwerk 2. Weitere Buchstaben kommen dann auf dieses System an, das heißt es gibt dann A-Doppelpunkt, B-Doppelpunkt sind nach wie vor für Diskettenlaufwerke reserviert, auch wenn es die eigentlich gar nicht mehr gibt. C-Doppelpunkt ist dann die Festplatte, wo eben Windows gespeichert ist, das Betriebssystem gespeichert ist und dann geht es weiter mit D bis Z. Und da kann, wie gesagt, ein CD-DVD-Laufwerk folgen, ein Netzwerklaufwerk, eine zweite Festplatte, eine zweite Festplattenpartition, also eine geteilte Festplatte, eine externe Festplatte, ein USB-Stick. Alles das kann dann bei den überen Buchstaben sein. Wir müssen uns nur merken, A und B waren die Diskettenlaufwerke, C ist Windows, ist die Festplatte und alles was darüber ist, kann dann mit anderen Laufwerken belegt werden. Software Start. Das Betriebssystem startet automatisch, wenn wir den Computer einschalten und bei der Software kann man einstellen, ob diese beim Autostart mitgestartet werden soll oder ob man diese manuell starten will. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Word brauche ich immer, dann kann ich es gleich unten in den Autostart reingeben. Wenn ich sage, nein, ich schreibe nur hin und wieder einen Brief, dann lasse ich es einfach, wo es ist und klicke selber drauf, wenn ich sage, ich brauche das Word und ich starte es manuell. Betriebssysteme haben wir auch schon kennengelernt. Windows ist wichtig, dass wir uns merken, Linux und Mac. Beim Android Betriebssystem und iOS, wenn es eben Smartphones sind. Es gibt auch noch Windows Phone, Blackberry, Firefox OS und so weiter und so fort, also Operating System, Betriebssystem. Aber für uns sind einmal wichtig Betriebssysteme beim Computer und Laptop Windows, Linux, Mac und beim Smartphone Android und iOS. Was ist ein Backup? Ein Backup ist eine Datensicherung. Das heißt, da haben wir ganz einfach hin und wieder das Problem, was passiert, wenn die Festplatte gestohlen wird, wenn der Computer gestohlen wird, wenn ein Feuer ausbricht und so weiter und so fort. Ihr solltet die Daten, die euch wichtig sind am Computer, auch irgendwo anders nochmal absichern. Dass wenn zum Beispiel, wie gesagt, das Haus niederbrennt, ihr zumindest noch die Urlaubsfotos vom letzten Urlaub habt. Nein, Spaß beiseite. Backup ist einfach eine Datensicherung, die euch sicherstellen soll, dass wichtige Dateien noch verfügbar sind, wenn irgendetwas mit den Hauptdateien passiert. Was ist ein Update? Ein Update ist eine Aktualisierung auf eine neue Programmversion. Das werdet ihr beim Computerarbeiten immer wieder bekommen. Einfach ein Windows-Update, ein Office-Update. Der Browser, mit dem ihr im Internet surft, hat ein neues Update herausgebracht. Also Aktualisierung auf die neue Programmversion ist ein Update. Und dann gibt es noch zwei Begriffe. Komprimieren und extrahieren. Das seht ihr dann beim Windows-Modul auch noch einmal in der Praxis. Komprimieren bedeutet im Prinzip mehrere Dateien auf eine Datei zusammenfügen. Das ist dann zum Beispiel eine ZIP-Datei. Da werden die Dateien alle in ein Archiv gepackt und das benötigt weniger Speicherplatz. Bei Video-Bilddateien etc. stimmt das nicht unbedingt. Aber wichtig ist trotzdem, dass ihr euch für die Prüfung merkt. Komprimierte Dateien benötigen weniger Speicherplatz. Extrahieren ist genau das Gegenteil von Komprimieren. Wenn wir eine archivierte Datei haben und wir wollen, dass die Inhalte wieder in voller Größe und Struktur am Desktop oder wo auch immer verfügbar sind, klicken wir auf der Datei die rechte Maustaste, sagen alle Extrahieren und sagen wohin. Danach sind diese Dateien alle wieder auf der Festplatte voll verfügbar. Links unten würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Rechts oben geht es gleich weiter zum nächsten Theorie-Teil. Und rechts unten findet ihr ein Gesamtbeispiel zum Thema Computergrundlagen. Viel Spaß mit den nächsten Übungen.